So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich Heil, ein Teammitglied mit einem Southpack in verschiedenen Matches. Also nicht in einem Match machbar, sondern ihr müsst dafür definitiv drei Runden zusammenspielen. Lässt sich eigentlich gut verbinden mit dem, spiele drei Matches mit einem Freund, immer zusammen landen, ziemlich weit weg. Und dann einfach dem anderen Southpack in den Kopf werfen quasi. So, wir machen das Ganze aber im Duo-Modus. Mit dabei habe ich meinen Sohn, acht Jahre alt, man kennt ihn. So, was unten den Code betrifft, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, aber wenn du neu auf dem Kanal bist, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wie ihr den Code knacken könnt und wie ihr den einlösen könnt, wie ihr gucken könnt, ob er noch voll ist oder nicht. So, da sind wir hier beim Ladebildschirm und die alten Hasen und euch wissen, Ladebildschirmzeit ist... Ladezeit und Kommentierzeit. Genau. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt dein Abo raus. Weil ich konnte dir bestimmt schon das ein oder andere mal helfen. Und ihr wisst doch, Support ist kein Mord. So, und erstmal noch danke an die 136, die schon auf den Abonnenten gedrückt haben und natürlich auch an die, die zahlreich am Kommentieren sind. Es werden langsam immer mehr... Also es macht halt wirklich immer mehr Spaß, um aufs Handy zu gucken und zu sehen, ach, da hat schon wieder einer kommentiert. So, jetzt hatten wir ja gesagt, machen wir die Saufpacks. Würde ich sagen, Lucky, eh? Obwohl, Lucky werden viele landen. Ja. Weil das dämmig direkt ist. Boah, Jungle ist aber echt weit weg. Da werden auch viele zu Handeltilz gehen, denke ich mal. Eigentlich können wir zum Mosty probieren. Aber wenn da nix ist, dann gehen wir zu... Ja, wir müssen irgendwie Saufpacks. Wir müssen ja hier nix Großartiges reißen. Nicht wie in der ersten Runde. Wurden wir eigentlich Dritter oder Vierter? Dritter. Dritter. Der ist ja ein schöner Chuck. So, raus. Da, da, da. Ja, da geht noch einer hin, definitiv. Ja. Ja, der ist vor mir. Oder der geht vorher runter? Ne, ich glaube, der geht vorher runter. Wo sind wir ja? Ne, der will... Oder wo will der denn? Doch, der will da rein. Oder der will zum, ähm, Gefängnis. Ja, das kann auch sein. Kennst du das Gefängnis eigentlich noch? Nein. Oder jetzt erst? Ich kenn das jetzt erst. Ah. Ich kenn das noch von früher. Es gab nur sowas. Komm, wir gehen nach links. Nach links, links. Lass die da allein hinfliegen. Stopp, ich komm da grad so noch hin. Ja, bei mir wird's auch hängen. So, wir müssen ja nur einen Saufpack finden. Das reicht ja eigentlich schon für die Ohren. Ja, wunderbar. So, dann hau mal raus. Hat's bei dir gezählt? Ja. Hat's bei dir gezählt? Schön, bei mir aber nicht. Also, müssen wir noch eins finden. Also, müssen wir noch eins finden. Wer ist jetzt beigetreten? Wer ist jetzt beigetreten? Nee. 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 Nee, wir hatten nur die zwei Stück da bei uns. in diesem Jahr zu Moisty Palms geflogen. Heißt es nicht Moisty Meier eigentlich? Palms. Weil er ist bestimmt in Verlust. Hier ist noch eine Kiste. Bitte. Das ist immer so, wenn du die brauchst, dann kommen sie nicht. Eben hab ich aufgebeten. Ja. Jetzt. Mann. Ist bei mir noch eine Kiste? Ja, soweit die du aufgemacht hast. Ist mir noch eine Kiste? Ich geh mal hinten hin. Ja, wir gehen zusammen. Immer zusammen hingehen. Wunderbar. Wunderbar. Ein Jump Head hab ich schonmal. Das ist ein Vicky. Ja. Oh, ich auch. Ah, Jump Head. Wie ist das Jump Head? Ah, das stand. Schlau wär gewesen, hätten wir uns das eben geteilt. Weißt du? Ja. Eins wirfst du und eins wäre fähig. Ah, jetzt kriegen wir keinen Zweifel. Ah, jetzt kriegen wir keinen Zweifel. Jetzt, ja. So. Und wie gesagt. Das hat bei dir doch gezählt. Hä? Du hast jetzt zwei. Ja, bei mir hat's gezählt. Ja, aber... Ja, aber... Ja, wir haben's eben schonmal gemacht. Aber du hast jetzt zweimal schon gemacht. Kind, das haben wir eben schon in einer Runde gemacht. Okay. Achso, stimmt. Ja. So, wie ihr gesehen habt, einfach nur dem anderen gegen den Kopf werfen, einmal dann dem Mitspieler den anderen geben. Der wirft halt euch euch gegen den Kopf, falls ihr beide die Aufgaben gleichzeitig macht, was ich annehme. Und so habt ihr beide schonmal eins. Weil, wie ihr gesehen habt, eben das erste hat nicht gezählt. Schön, dass du so einen Krach machst neben mir. Ja, wenn... Deshalb hau ich auch nie was ab, wenn ich am Reden bin. Das ist nämlich laut. So, mal gucken, ob wir hier die Runde noch gerissen bekommen. Wir sind eigentlich weit von der Route weg. Ich weiß gerade nicht, wie die Route war. Ich glaub, die ist so... Ja, alles gut. Ich glaub, ich muss noch ein Biddy. Ja, ich bin voll. Hey, doch kein Biddy. Ja, ich hab eh zwei Medikits. Aber wenn ein Biddy findet, ist das nicht schlimm. Voll mal ne vernünftige Eier. Ich bin da hinten drauf. Ah, Stinkbomben sind eigentlich auch immer gut. Hab eh nen Biddy. Waffentechnisch sieht's bei mir eigentlich noch mau aus. Bei mir auch. Also... Ja, bei dir sieht's immer mau aus. Außer du hast uns gar... Ich hab gar nichts. Also ich meinte... Ähm... Bei mir... Also ich hab gut genug. Mhm. Das ist sauf. Holst du das saufpack dann mit? Hm? Holst du dann das saufpack mit? Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr dran. Aber da ist eh nur eins. Ja. Eins ist besser als keins. Ich hol's nicht mehr. Ich hol's nicht mehr. Ich lieber die Minis. Ist hier einer? Ne, das sind deine Schritte. Spiel da rein. So. Gucken wir mal ob einer von hinten kommt. Können wir da noch mieten? Ja, direkt in die Stadt. Meinst du jetzt nur weil wir zwei gute Runden haben sie mir hier die... Pro-Gamer. Aber auch definitiv müssen da hinten. Die kommen... Die in Mosty waren, weißt du? Mal gucken wie die Zone läuft jetzt. Ich glaub die sind dann hier so ein... Ja, wahrscheinlich. Große A-Zone. Ne, A-Zone sehen wir uns. Also... gerade Weg. Und hab noch Jumper. Hm. Dass du einschattest, auch weil ich hab's dir geglaubt. Mach. Gib kein Tier oder mir. Guck mal nix. Ne, du schreit. Mit deinem vielen Bauen, geh. Du verrätst immer wo du bist. So hol ich mir immer schön die Gegner von hinten, weil ich immer mal den Laufweg nachkomme. Also wir kommen aber langsam in den Bereich, wo auch die Flugzone war. Das heißt nämlich hier können auch Gegner kreuz und quer jetzt laufen. Und dann hab ich eh ne Sniper. Ja. Oder du holst die. Ja, weil ich eben ein Sniper-Hit-Kill gemacht hab. Ja. War's schön. Ja, der war nicht schlecht. Ja, der war nicht schlecht. Ich glaub ich... ähm... Bau hier die... War nicht. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich schon mal ein bisschen mehr abbauen. Ich geh hier hin. Ne, wir bleiben zusammen. Nicht immer dieses getrennte. Und dann kommt nämlich... Ja, hier sind zwei Gegner. Oh, tot. Gut. Lass doch gucken, ob in Longley noch was ist. Zone kommt eh. Wir sind direkt am Zonenrand. Ich hoffe das noch nicht. Ne, hier war noch keiner. Wir fallen das Leben schon wieder. Nur noch sieben Teams. Ich weiß. Wenn überhaupt. Also das höchste von den Teams. Ja. Ich weiß, Zonegott. Ich muss mir kurz nicht die Kiste sehen. Ich würd halt trotzdem mal gerne eine bessere AR finden, aber... Nix. Muss jetzt los? Ah. Ich weiß, Kind. Noch sechs Teams. Lama. Meins? Hast du eine Lama gefunden? Oh. Schmeckt. Ich hab's grad so gesehen. Sau fix. Ja. Nix besonderes drin. Nein. Naja, ich hab grad gewurft da hinten ein Lidler. Aber das sah so komisch aus. Da ist eine offene Kiste. Ich weiß. Ich weiß. Da, da, da. Die Kiste jetzt. Oder hier oben? Hier, hier. Ah, da hinten. Am Bus. Habe ich eigentlich alles nachgeladen? Ja. Mit wen haben wir denn bis jetzt geschossen? Nix. Wenn ich so wenig MP-Munition habe. Ah. Ich kann die geben. Ah, die reicht, ja. Ich hab 300, 45. Ja, dann renn doch nicht noch zu. Ah, Kind. Ich sag grad, ich hab wenig Munition. Was machst du? Ach, hol mal schnell die Munition. Hä, das ist doch ein Schwinnisch. Von den 217. Was machst du? 99 MP. Okay, das war aber keine MP-Munition. Relax. Ja. 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 Ich mach, der ein Geist und der Metz hier verballert findet. Ich geh einfach deinen Weg. Soviel zum Thema, wär's schlecht. Das bau den Baum wieder ab. Ja, genau. War doch noch nicht gerafft, gell? Wir kennen wir, dass ein Gegner da ist. Ja. Da muss das ... Da muss man nicht ... und noch du leckst sehr, weil manchmal bleibst du stehen und auf einmal bis du in die Hohen bist, ok? Tja, dann hoffe ich mal, dass es auch so ist, wenn die Gegner mich sehen. Hab ich einen gehört? Ja, ich glaube ich habe einen gehört, der am rumgleiten ist. Ja, ich habe schon einen. Ich habe eh schon, komm komm. Oh. Achso. Ach, vier Teams. Ok. Einer fliegt nämlich schon hier oben rum. Ich höre nichts. Ich höre den aber. Ich glaube, weil du lauter hast. Ja, ich mache immer so laut, wie es geht. Hier ist noch ein Gewinner. Aber ein Schuss. Hey, machst du einen No-Scope? Halt dich noch zurück. Wir müssen aber jetzt hier runter. Wo ist er denn? Ne, ich gehe nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube hinten ist ein D, oder? Ja, aber solange wir noch ein bisschen herum gehen können. Ja, die Schüsse sind hinten. Ich glaube, der ist nämlich auch dahin geflogen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich auch noch nicht. Weil da baut doch keiner. Hier ist ja Season 1. Irgendeiner fliegt hier rum. Hier vor mir. Ja. Der ist glaube ich alleine. Da unten? Ja. Ja. So. Auf jeden Fall. Ich kann es nicht. Ich muss raus. Ja, ja. Das wird fasziniert. Ich bin gleich dauernd. Ich bin gleich dauernd. Ich auch. Du hast weniger Leben als ich. Ich muss mich heilen. Zum Glück heißt dann, ich denke ich, er kann dich. Ich hoffe er sieht mich nicht. Ich dachte er sieht dich nicht. Ich kann jetzt, nur hoffen die sehen mich nicht und hören mich nicht. Ich kann dich jetzt nicht aufheben. Nein, nein. Brauchst du auch nicht. Es lebt nämlich nur das Team und dann anderes. ich muss aber dafür gleich in die Zone ich weiß aber dafür bestand das warte noch nein ah scheiße ah kacke so aber wie das jetzt mit dem Sauftrags funktioniert habt ihr ja gesehen wie gesagt ihr müsst euch dann abwechseln sonst zählt das nicht für beide wenn nur einer wirft wenn ich euch damit helfen konnte wie immer gern ein Abo da lassen in dem Sinne haut rein